Es ist da einmal leer, dann ist da einmal leer, aber ich hoffe, dass da bald was kommt. Ich bin ja auch eben gerade erst drauf, wir wollen ja nicht so viel erwarten. Die Wasserkugel weg, jetzt ist sie weg, Angel steht. Das ist leer hier, heute. Ich habe ein bisschen Zeit. Euch viel Spaß zu Hause. Ich versuche es hier mal. Bis dann.